Ich hatte mein Schwert fallen gelassen, wollte das einsammeln. Ging nicht. Das lag auf dem Boden, ich bin hingegangen, es kam ins Inventar, bloppt wieder raus, kam ins Inventar, bloppt wieder aus. Eigentlich nicht, es läuft gerade alles flüssig. Hast du das mit dem Ping drin? Kann man das hier machen? TPS. Ja, weniger. Der ist so ein Colum. TPS, ne, voll komplett 20, alles. Ne, ich glaub das Ding funktioniert gar nicht. Ich dreh davon aus, dass das nicht funktioniert. Also auf das Märchen drinnen weiß ich das. Wie was nicht funktioniert. Wie die TPS anzeigen. Äh, die, ja. Ja, bitte. Ja, jetzt hab ich's im Inventar wo ich in Geld wurde gegangen und jetzt hab ich's auch hier drinnen. Kann ich's jetzt wegschmeißen? Ne, jetzt kann ich's wieder einsammeln. Oh, das lag am Naga, weil ich direkt bei dem bin. Das ist es. Hi. Ich bin ein bisschen am fahren. Ich seh's. Auf geht da, los Naga, komm her, du, lass da. Ich hoffe, in meiner Sache echt viel Zeug. Das ist ja noch ne Galaxy, ne? Wo ist er? Äh, wo ist er? Komm her, Arschloch. Au. Ist das wie? Nein! Das ist doch blödes Teamwork. Ich kann das Ding gar nicht handeln. Oh, lol. Kann das so weiter geht? Komm her, du Arschloch. Komm, 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 komm. Scheiße. Da geht's nicht mehr Zeug. Ähm. Da vorne liegt das. Da ist schon etwas kaputt gegangen. Bisschen Creeper. Bisschen Fackeln. Bisschen. Oh, ich hab schon zwei Dinger von dem weg. Komm her, Arschloch. Komm, komm. Komm her, komm. Friss mein Schwert. Lass mich wohl in Ruhe. Ähm, ich glaub, den Naga klatsch ich jetzt locker weg. Nein, nicht so. Ach so, ich hab ich. Nein, nicht. Äh, da ist noch Tyrogs. Ähm, wenn ich ihn umhau, hau ich noch um, das ist meine Tochter. Hm. Aber daneben ist noch ein zweiter Dungeon. Na, dann hau ich den auch gleich noch weg. Äh! Äh, richtig gut, äh, ja. Äh, gut, die Madshock ist weg. Okay. Ein Drittel hatte ich. Wettung. Ach, nee, ich hab irgendwas in der Wind. Oh, warte. Ich hab gleich zur Hälfte down. Und ich hab noch zehn Herzen. Ich sag ja, der Twilight Force ist mein Gebiet. Hier macht mir keiner was vor. Doch, echt? Zur Hälfte down. Komm her, du Arschloch. Komm her, komm. Komm, du hast doch noch so einen kleinen Popisch-Schwanz hier. Ja. Wie war das heute mit Schwanz-Vergleich? Hat Marvin heute im Stream geschrieben. Ich streame jetzt nicht mehr bei uns, sonst ist der Sturzmeck jetzt nicht mehr. Ja! Darf ich jetzt nur so wirklich? Ja, ja, jetzt bist du gleich da. Oh, ja. Ähm, da hab ich zu viel gemeint. Was? Ja. Oh, weniger als ein Drittel. Oh, ja. Das Stein abgebaut. Ähm, ja, kann man so sehen. Aber ich hab meine Flügel noch, das ist gut. Ja, das ist gut. Wenn man verliert auch das Zeug, was man, äh, äh, im Baubis hat, verliert man nicht. Ja, ich hab den Dieter Mutifold bekommen. Ja, wie das hier Mutifold. Ja, wie das hier Mutifold. Der Mensch braucht's. Komm, ein Hit noch, ein Hit noch, wo ist der? Komm! Ja! Sehr ehrgeizig. Ich hab Naga-Schuppen, den Naga-Kopf. Und ein Epic Shadow. Oh, yeah. Ich hab Naga besiegt, jetzt kann ich ins Nächste dann. Nur du oder alle? Nur ich. Nur er. Macht euch nichts raus. Ihr schafft das auch irgendwann nicht. Hm, ich will das gar nicht schaffen. Ähm... Dafür hast du mich, Schatzi. Ich mach uns das alles hier ab. Alter, das braucht 5 Blöcke von Obsidian. Willst mich verarschen hier? Was, der Kleber? Ich bin mein Stab. Ja. Der braucht noch viel, viel mehr. Was hat's denn für den Stock? Ja, warum braucht man dafür alles? Ich bin Sprungstar. Du brauchst, äh, zwei, ähm, verbesserte Toolrods. Du brauchst diesen Hammerkopf, der aussieht wie ein Creeper. Und du brauchst die Klinge. Und die Klinge habe ich. Du brauchst, glaube ich, acht Obsidian. Acht bis zehn Obsidian fürs komplette Ding. Warum muss die Meshok auch noch gleichzeitig ne Schaufel rein? Ähm, keine Ahnung. Warum? Es geht jetzt! Ganz ruhig meine... ...Nade machen. Ich wollte auf den Block springen und bin daneben gesprungen. Das war eine Einlücke. Ich suche hier kein Gras mehr. Was? Bei uns? Ich suche gerade den Eingang zum Portal. Wo hast du die Wand hingepackt? Ähm, in eine Kiste. In eine Kiste. Kann sein, dass ich sie in die Energies gepackt habe. Damit habe ich sie auf jeden Fall nicht. Ich bin sowieso auf dem Weg zurück. Ich nehme hier einmal Hose und Schuhe von... ...noch was. Okay. Läuft. Jetzt habe ich zwar Modifier gekriegt auf meine Sachen... ...aber wir konnten mich nicht in die Höhle bringen. Scheiße. Wo ist jetzt der Eingang? Ach, ich bin nicht bescheuert. Geh, geh. Mein Christ ist abgestürzt. Läuft bei dir. Hm, noch irgendwo ist die Strenke runter. Ah, doch nicht. Wo? Was? Das brauche ich. Und also mit dem Creeper, das habe ich jetzt. Was versuchst du denn zu bauen? Den Creeper. Achso. Ich habe Creeper verstanden. Hm, die sind komisch. Jetzt brauche ich einen neuen Gras. Ich habe auch Caridus. Für was war das nochmal gut? Für diese Flügel. Achso. Ich bring doch mal was mit, dass du Cassie was machen kannst. Cassie hat schon. Okay. Du springst trotzdem mit? Ja, mach das. Was? So, hier ist überall ausgeleuchtet, also muss hier hinten auch gleich was. Da ist eine Kiste. Weißt du, wir haben fast überall ausgeleuchtet. Ja, fast. Ja. Da ist die Tür. So, Irii. Ich bring unsere erste Trophäe nach Hause, Schatz. Die Naga, komm. Ja. Nicht so schwer ist da auch, Peter, ne? Ähm. Mit der Harded-Lesser-Rüstung sah ich dir gleich, brauchst du eine Grundversuchung. Ich habe jetzt auch eine Dir-Rüstung gemacht. Und das ist einfach. Naja, ich habe Goldappel gegessen und halt durch meinen Feuerkleaver. Ja. Na. Schatz. Guck mal. Der erste Boss-Mob. Cool. Was ist das? Das droppt er mir auch, leider Gottes. Äh. Ich für irgendwas kann man da schon gebrauchen. Ähm. Ike, habt ihr so eine erweiterte... Ich hab da jetzt gerade richtig drauf gemacht. So einen erweiterten Tisch dafür, oder? Jetzt ist das sowas geworden. Äh, wie heißt der? Tool Forge. Shit. Uuuh. Ich hab kurz das mal echt drauf gemacht. Leute, can be applied to chemical. Trower, Railgun, Minecart, Ballon, Mining. Revolver, Metal Shield, Banner. Ja. Das Originalteil kenn ich noch von was anderes. Was der Enderdrache gedrappt hatte. Ähm. Ich tue hier erstmal so einen Baum von Twilight Force rein. Ja, den erweiterten Tooltisch haben wir. Kannst du gerne herkommen? Ich hab den auch dabei. Der kann ja auch zu mir gehen. Weil dann hat er's nicht so weit. Ja. Ja. Ich muss eigentlich nur Stein braten. Guck mal, was ich noch machen kann. Ich hab sowas hier bekommen. Muss ich jetzt in den Insta eingießen. Und hab dann die da draus gemacht. Uuuh. Ne, ich brauch die Hose. Ne. Sechster Armor. Jetzt bin ich mal gespannt. Doch, ich brauch die. Die macht genauso viel wie... Ne. ...ne dir. Ja. Hast du eigentlich das Ding gefunden? Äh, ich hab's jetzt bei Hand gemacht. Es lag hier in der Kiste. Okay. Okay. Könnten wir uns eventuell mal alle kurz ins Bett legen? Ach denn. Ich legge dann grad was durch. Okay. Boah, ich brauch mehr Ü. Äh, 64. Kann ich brauch 64 alles? Ich... Ich... Mal kurz Aufnahmen auf Pause gehen da hoch. Okay. Ich zeig alles morgen in der Folge. So. Weiter geht's. Ja. Was mach ich jetzt da? Ich würd mir gerne ein, äh... Orthammer machen. Mach doch. Die von extra Utilities. Mach, mach, mach. Du hast freie Hand, du darfst machen was du willst. Okay. Sehr krass. Ja, ich mach jetzt erstmal automatisch Clean Stone. Damit ich den Boden hier von Holz auf Stein machen kann. Puh. Es wird Zeit, dass wir hier mal einen Stein hinkriegen. Das sieht langsam auch nicht mehr aus. So. Eine Trophäe hab ich. Dann geh ich jetzt ganz schnell hinten die Felder weitermachen. So. Ja. Läuft. Ähm, die kann ich erstmal... Ja, da ist immer noch eins. Jetzt. So. Und Lockup Iron. Bitte sag nicht, dass der jetzt auch noch... Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Äh, mein Schatz, ihr Lieben, möchtest du mir ja mal den Bildersporn geben, wenn sie den nicht mehr braucht? Ich hab ihn nicht im Moment, hab ich ihn immer auf der Küste. Er ist erschrecklich, der Creeper-Kopf und jetzt der Hase. Wie war das vorhin bei mir? Oh, Mensch, ey. Eich. Mensch, Kind aus. Aber echt, ey. Kann doch nicht wahr sein. Oh, jetzt fällt mir genauer ein, aber jetzt muss ich es noch machen. Na, kommst du es dir bei uns snacken? Kommst du es dir fix noch machen? Holst du es dir bei uns ab? Ich hatte noch zum Quark nur das Ei. Ja, wir haben so viel Zeug, das möchte man mal durchschmelzen irgendwann. So, das noch. Yay, jetzt brauche ich Wasser. Glowstone habe ich überall verteilt. Wasser. Nee, dafür, nee. So. Ja. Glowstone haben wir dabei. Ähm. Wupp. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Alter, das hat sich im ersten Moment wirklich so angehört. Mhm. Wie dann? Wie? Eeeh. 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 So, jetzt ziehen wir das nach oben. Leucht aber, wo mache ich die Tür rein? Scheiße. Ein Blatt, ein. Ein Blatt. Scheiße. Ja, ist, äh. Scheiße sagt man nicht. Na dann halt verdammter Rotzmist hier. Perfekt. Äh. Eeeh. Scheiße. Da muss ich noch tatsächlich dazu einfach so machen. Und ich brauche den einen hier rein. Genau, ey. Gott finde ich elf. Ich finde das aber sehr interessant, bei Tinkers muss ich es ja auch anders für machen. Ja, ja. Dass das so schnell mit dem, ähm, Kosten geht, weißt du, dass das nicht so schnell abführt. Ne. Kann man aber auch, kann man aber auch alles noch umstellen. Ne, lass das einfach so. Ne, ich lass das auch so. Ja, ich lass das auch so. Schöpfen. Wo hab ich denn die Eimerin gemacht mit Spänen? Und wieder nach vorne rennen. Äh, du hast ja hier Gorki Gras da drauf. Ach, weil ich das ja gerade eben abgebaut hab, unabsichtlich. Äh, wo hast du Gras da? Die hab ich denn noch nicht gefunden. Dann, äh, müssen wir hier was sieben. Ah, ich hab genug gehört. Und, äh. Ah, da. Ich hab genug gehört, ich zieg mal kurz was durch. Und, einmal so ne. Äh. Hab einen Block Gras gemacht. Okay. Okay. Ich bin die Rockstar danner. Till ich drop. My life is a party. My home is the club. My stage is the dance. Somebody never stops. Vielen Dank.